Ui, wie schön. Er scheint da einen kleinen Fehler zu haben die ganze Zeit. Das hilft uns natürlich schön weiter. Denn so können wir ihn ganz leicht besiegen. Denn ich weiß sogar, was im nächsten Raum kommt. Richtig, er kommt nochmal wieder, um sie seine Rache zu feuern. Und er hält natürlich mehr aus als seine Kollegen, ist klar. So, wie gesagt, schaut mal, was im nächsten Raum ist. Momentan sieht es ja nach nichts aus, aber hier. Er kommt hier, wie gesagt. Nochmal, Bams. Hey, sagte Bams. Okay. Ähm, ja. Okay. Dann machen wir es halt so. Sterb einfach, komm. Sterb, sterb, sterb. Danke. So, dann gehen wir hier unten durch. Füllen kurz unsere Magieanzeige ein bisschen auf. Ich hoffe, das reicht. Ja, natürlich reicht es nicht. Okay. Es wäre gut, wenn wir die Magieanzeige hier oben komplett auffüllen. So, schau mir mal. Okay. Das sollte hoffentlich reichen. So. Und hier jetzt noch einmal. Wir gehen nicht in den Teleporter rein. Wir gehen auch nicht über los. So, jetzt gehen wir durch den Raum da hin. Und dann gehen wir hier hoch. Da ist wieder eine Fee. Die probieren wir uns diesmal gekonnt zu holen. So. Dann gehen wir im nächsten Raum, wo uns dann dieser tolle, tolle Raum, wie ihr erwartet, der mir überhaupt nicht gefällt. Denn hier geht es alles um Zeit. Oh, 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 oh. So. Jetzt gibt es hier diesen tollen Moment, wo wir uns selbst in die Luft sprengen. Ja. So viel zu dem selbst in die Luft sprengen. Ich habe gesehen, es geht auch anders, aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. So schnell? Ne. Bekomme ich natürlich nicht. Schauen wir einfach mal, ob das klappt. Jo. Klappt. So, dann gehen wir jetzt hier mal durch diesen Raum. Na. Ich muss ja hier ganz vorne stehen. So, bei dem Raum müssten wir, glaube ich, mit einem Bombensprung mal wieder da rüber kommen. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Weil wir müssen irgendwie diese zwei Flammen genau abschätzen. Dann, dann hier eine Bombe, dann da, naja, da eine Bombe legen. Warten. Wollen wir, dass es hier rechtzeitig explodiert durch diesen Raum. Ich glaube, dann da rein. Ähm. Da rein. Ne. Andere Seite. Gut, das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Gut, ähm. Dann war es vielleicht doch nicht hier. Ja. Weckt mich. Dann mussten wir hier doch durch eine dieser Wände durch. Ist jetzt ein bisschen doof, finde ich. So, jetzt rennen wir da ganz schnell rüber. Na. Ich wollte da an die Truder Schlüssel. Noch einer. Weil wir noch nicht genug haben. So, in diesem Raum geht es darum, die ganzen Gegner zu besinnen. Bäm. Bäm. Bäm.